Wir gehen rein. Boah, Ennis, Digga. Ich hoffe, du ballerst mich nicht gesehen. Ja. Hä, was war das noch? War Stress? Ja. Weil ich Kilos Kokain... Hier hat sich Stefan. Warte, warte, warte. Ich muss meine Kamera anders schieben. Ich mach mal so. Mach mal so. Ja. Alle, ich hab schon gelacht. Es tut mir so leid. Hier hat sich Stefan. Es tut mir so leid. Einmal, okay? Wohin hat er geguckt? Was ist da? Sieben Banken hab ich ausgeraubt. Sieben Banken hat er ausgeraubt? Aber nicht gleichzeitig, oder? Er hat eigentlich alles, was er braucht. Theoretisch vielleicht noch eine Sache. Dass der Spiegel hier auch so weitergeht. Weißt du? Ey, das ist so unfair, Bruder. Das ist so unfair. Egal. Ein Mann. Wie fandst du jetzt die Bewertung am Ende? Also, es war schon verdient. Aber ich bin unfassbar stolz auf Miki. Ich hätte niemals gedacht, er hat so viele Bomben bekommen. Und stand die ganze Zeit. Ich bin stolz auf dich, Miki. Okay. Sehr, sehr stark. Ja, hier zu meiner Rechte. Geh mir dein Flasch. Ja, ja. Erkennt ihr das hier, Dredis? Glaub mir, holt euch das alle, gell? Wenn ihr irgendwann mal irgendjemandem die Hand gibt, seine Hand danach ist so. Sag nicht mehr jeden Tag, mein Bruder. Jetzt, wir sind wieder jeden Tag. Wir sind... Ich hatte danach so eine Beule, gell? Das war unnormal. Hart auf hart. Sieht so dein Zimmer aus. Samy habe ich auch kennengelernt. War ein bisschen klein. Du Wichser. Ich habe Batsi auch kennengelernt. Ich habe den auch kennengelernt. Der war ein bisschen fett. Der war ein bisschen fett. Jani. 208 Kilo. Pi mal Daumen, Cousin. Pi mal Daumen, 208 Kilo. Man sagt, er war nett. Man sagt, korrekt. Man sagt, Bruder. So. 228 Kilo. Arme Nacken. Kennt ihr diese Kerne? Das ist mir einfach gerade einer aus meinem Mund rausgeflogen. Das war dieser Anfangszeit von Streaming. Ich muss noch nicht, wie man vor Streaming essen muss. Ich war ein bisschen noch dieses... Kennt ihr die Neueste? Ich kann bei diesem Gesicht nur lachen, Digga. Ich kann bei seinem Gesicht nur lachen, Digga. Was in seinem Kopf... Homa, der macht nicht so... Der träumt von Homa, wenn er sich so einen Schuhen baut. Chico ist schon eine Liga für sich, Digga. Nee, lass mal rein. Ich bin nicht. Hier ist er, Digga. Ich hab's allab mal. Ich glaub, ihn kann ich nicht zu sehr mobben, weil er ist 53. Sonst, ich hab schlechte Gewissen. Also hier geht's um Abdel S. 53. Sonst, ich hab schlechte Gewissen. Wie der Burgerladen? Nein, ich geb doch für den keinen 30 Euro Burger aus. So, liebe Schüler. Wer kann mir sagen, was die Hauptstadt von Portugal ist? Von wo holst du diese Videos, Bruder, jetzt? Oh, der Mohamed. Weißt du heute was? Von wo holst du diese Videos gesehen? Mohamed. Ist aber in U-Bahn gekackt. Fasziniert mich. Mohamed. Ist aber in U-Bahn gekackt. Mohamed. Ist aber in U-Bahn gekackt. Komm. Yeah, yeah. Komm. Willst du mit mir einen Tee drehen? Telefonieren. Mit dem telefonierst du? Please. Warum? Hä? Äh, ich hab gar nichts gemacht. Please. Ja, ich steh hier und ich sag, komm runter. Komm runter. Ähm, ich hab Angst wegen deren Corona-Richtlinien. Könnten die eventuell Drei Meter Abstand. Äh, boah. Wäsch, wäsch, wäsch. Yo, 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 yo. Hör mich zu. Mein kleiner Bro. Fuck, fuck you. Okay, okay. Jetzt die Revolution. Jetzt 2020. Boah, Jürgen. Boah, das ist ein Arsch, Digga. Boah, Digga. Avocadol, 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 Patrick. Geil. Ey, up 20 verschenkte Subs. 2020. Ey, up 20. Krass, gell. Oh mein Gott, was ein Hüpfenschwinger. Boah, Digga. Anfang, Zeit von meinem Stream. Oh, 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 oh. Schwuff, mei Mutter. Boah. Oh, ich will in Küche laufen. Ich hab keinen Bock in Küche. Wer würde, Digga, eins in Chat. Seid ehrlich, Digga. Du hast einen Hüpfschwung. Seid ehrlich, gell. Boah, Digga, sei ehrlich. Seid ehrlich, du hast einen Hüpfschwung, oder? Wer würde? Boah. Ja, Manni. Du, weg, du, weg, du, weg, du, weg, du, weg. Der Spenden, der macht Shake-Videos von mir rein, Digga. Oh, ich will in Küche laufen. Ich hab keinen Bock in Küche zu laufen. Du. Aha. Was hast du für eine Zoom-Funktion, Cousin? Oh, yeah, baby. Ich mach mir keine Sorgen um die Leberwerte, denn meine Ärzte, sie sehen auch so wie Lena Gerke. Geiler Ride. Leberwerte auf Lena Gerke. Genau mein Stein. Danke, Sammy, für die Lines. Bruder, kein Problem. Ich komme von Leber, mein Bruder. Ich bin der Tom, der kriegt aus Jeremy, muss der All, der selbe, mich kriegt, weil, warum bleibt ein Blumen? Ich hab nichts verstanden, Bruder. Ja, Mann, das war korrekt, Bruder. Bruder, du bist so gemeint, Digga. Ja, scheiße, du. Ja, lass die heulen. Ja, trotzdem, lass dir jetzt direkt eine Nummer austauschen. Ich hab Kacke in meine Hose, bitte, mach auf. Ich hab Kacke in meine Hose, bitte. Ansonsten, Sammy, was sagst du zu Payman seinem Abgang, der auch bei Seiten auf Null war? Ja, ich wünsche ihm alles Gute, weißt du? Was soll ich da sagen? Er ist auch menschlich ein guter Junge. Vielen Dankeschön für den sechsten Monat, aber langsam ist auch genug mit Musik, weil langsam hört ich alles gleich an, Digga. Ach, du Scheiße. Wir getrennen sich, wir haben uns viel gezockt, doch ich bleib euch dankbar für die Riesenchance. Du Hul. Ach, du Scheiße. Wie geht es in diesem Brief? Wir haben gerade einen richtig schicken Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Du, Wix, doch nicht. Du, Wix, doch nicht. Oh, die sollen hier bleiben bis morgen. Die wissen niemals, dass wir hier sind. Oh. Was machst du? Aus Versehen. Sammy, sollen wir diesen Vanilletabak holen? Du willst den Vanilletabak holen? Ja, ich will ihn. Hey, Danny. Es ist okay, wenn ich mich umdrehe so lange. Ich drehe mich kurz. Ey, Wadla, dieser Clip, gell. Dieser Clip, der ist zu lustig. Ich habe gar nicht verstanden, warum ich überhaupt eine Kanalwette gemacht habe. Ich muss bei jedem Clip lachen, Digga. Ich muss weinen sogar, Wadla. Dieser Clip ist zu lustig. Ich habe den auf TikTok danach gesehen, gell. Bruder, ich bin einfach der lustigste Mensch der Welt, Digga. Ich sag euch ehrlich. Es gibt nichts Lustigeres. Ich sag euch ehrlich. Guck mal bitte diesen Clip. Mal ganz kurz hier den Follower. Scheint kompliziert. Oh, wäre schon die Stimme. Erstmal muss ich hier den Follower wegmachen. So. Weg. Hallo, Bruder. Ich habe einen Schaden von dieser Anfangsmelodie. Wenn ich diese Anfangsmelodie höre, bekomme ich... Bekomme ich einen Schaden. Ich hasse diese Melodie. 400.000 Mal am Tag muss ich das hören. So. Ich habe zwei Sachen studiert. Einmal Jura und einmal Humanmedizin. Ich bin hier groß geworden. Ich spreche zwar nicht perfekt Deutsch so. Auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, Paar-Konzentration. Konzentration. Abujek. Puh. Ey, Abujek, gell. Bruder, meine ganze For You-Seite auf TikTok ist einfach mit deinen Videos, Bruder. Die ganze Zeit, wie du Spongebob beleidigst, Gesink. Ich habe eine Ausgabe für... Okay. Ich habe einen goldenen Trangenwender... Klar, es ab. Tssst. 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 Zigarette auf der Bahnhofstreppe ist für die beiden zu einem festen Ritual. Tssst. 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 Das war ein sehr lustiges Video. Dankeschön für deine Mühe, Enes. Wann hat das mal lustig gesehen. Aber da hättest du meint, die Clips waren gefährlich gesehen. Ich habe niemals gelacht über diese Frau mit diesen Spastiken, Bruder. Du darfst nicht springen gesehen. Okay, Dreadys. Dreadys.